Es geht wieder los und zwar mit Alexander Raue. Fauli ist schon da. Ich muss Fauli den Aluhut besser befestigen. Denn er hat ein Video, Staatsanwaltschaft ermittelt gegen das Außenministerium. Und auf dem Thumbnail sagt er dann schon, dass Annalena Baerbock zurücktreten muss. Das sind wieder wunderbare Geschichten aus dem Paulanergarten. Ich weiß, dass die Staatsanwaltschaft ermittelt. Aber das geht um Handlungen, die vor der Amtszeit von Annalena Baerbock passiert sind. Und dafür kann sie ja nun wirklich nichts um. Soll sie zurücktreten wegen Sachen, die bei Heiko Maas passiert sind? Egal. Dieser Skandal könnte Baerbock endlich zu Fall bringen. Okay. Nein. Dieser Skandal wird Baerbock nicht zu Fall bringen, weil sie dafür keine Verantwortung trägt. Sowohl strafrechtlich nicht, als auch politisch nicht. Damit könnte ich das Video eigentlich beenden nach drei Sekunden. Mal schauen, was er sonst noch für Schwachsinn labert. Die Staatsanwaltschaft ermittelt gegen mehrere Mitarbeiter von Baerbock in schwerwiegenden Fällen. Das Auswärtige Amt erlaubte nämlich Tausenden von Migranten die Einreise trotz gefälschter Papiere. Absolut krank. Was wusste Baerbock davon selber? Wahrscheinlich gar nichts, weil das nicht in ihrer Amtszeit passiert ist. Keine Ahnung. Soll Baerbock jetzt zurücktreten, weil Franz Josef Strauß damals, nee, dann sagen wir, dann müsste Pistorius zurücktreten, weil Franz Josef Strauß damals den Militärattaché in Madrid angewiesen hat, Personen aus dem Umfeld der Spiegelaffäre festzunehmen. Schwachsinn. Gab sie vielleicht dazu sogar die Anweisungen? Alle Details in diesem Video. Annalena Baerbock hat es mal wieder geschafft. Sie hat ihren Platz 1 als größte Skandalnudel des Landes erfolgreich verteidigt. Skandalnudel. Wunderbar. Sexismus auch mal direkt reingehauen. Weil jetzt wurde ein neuer Skandal in ihrem Ministerium bekannt, der richtig krass ist und die Ministerin endlich zu Fall bringen könnte. Ich muss kurz schauen, was für dumme Kommentare drunter stehen. Die Mitarbeiter an Baerbock sollen mit ihrem Privatvermögen für diese Migranten aufkommen. Ey, Rudi, du Dummkopf. Ohne Pass kann ich in kein Land einreisen. Punkt aus. Ja, das sind ja gefälschte Papiere, du Dummkopf. Das sind nur Dummkopf, will ich drunter schreiben. Die Bild-Zeitung schrieb vor wenigen Minuten, es geht um gefälschte Papiere zur Einreise. Ermittlungen gegen Baerbock-Mitarbeiter. Die Staatsanwaltschaft... Wenn du Fuck AfD kurz sagst, dann zapp ich rein. Dann bitte ich um Zap-Bombe. Fuck AfD. Fuck AfD. Fuck AfD. Fuck AfD. Fuck AfD. Fuck AfD. Berlin und Cottbus sollen gegen mehrere Mitarbeiter... Du brauchst dafür übrigens keinen Zap da. Jetzt hast du keinen Zap da gelassen. Wer hätte es nicht machen müssen, ich sage das auch ohne Zap. ...von Annalena Baerbock geführten Bundesaußenministeriums ermitteln. Das berichtet das Magazin Fokus. Es geht um tausende Personen, die in den letzten fünf Jahren mit minderwertigem Papier... In den letzten fünf Jahren. Ja, seit wann ist Annalena Baerbock Bundesaußenministerin? Ups. Kann da jemand nicht rechnen? Na, kann das jemand nicht? Offensichtlich. ...nach Deutschland eingereist sind und dann Asyl beantragt haben. Und danke, Attacca, für fünf Gifte Zaps. Wow, also ich kann gar nicht so viel essen, wie ich gerade brechen möchte. Eins der mit Abstand größten Probleme in Deutschland ist aktuell die Migrationskrise und die Span... Ja, aber du bist ja zum Glück ausgewandert. Da haben wir ja schon mal einen Platz mehr für einen Flüchtling. ...haltet unser ganzes Land und unsere gesamte Gesellschaft, ja? Und warum das so ist, das kann man tagtäglich in den Medien sehen. Ich sage nur Mannheim vor vier Wochen oder Bad Oeynhausen vor drei Tagen. Und obwohl diese... Ist schon bekannt, wer die Täter in Bad Oeynhausen sind? ...Kreisionskrise so krass aus dem Ruder läuft, denken unsere Politiker nicht mal daran, das Problem endlich zu lösen oder zumindest mal stückweise zu verbessern. Ganz im Gegenteil, das Problem wird von der Politik sogar noch verstärkt und wie jetzt rauskommt, sogar mit illegalen Mitteln. Wie kann es bitteschön sein, dass die eigenen Mitarbeiter von Außenministerin Baerbock illegal Migranten zulassen, indem sie tausende Personen mit gefälschten Papieren einreisen lassen? Und das Krasse ist, diese gefälschten Papiere wohnen ja nicht erst später bei der Einreise entdeckt, sondern Baerbock-Mitarbeiter haben diese Personen einreihen lassen, obwohl sie wussten, dass die Papiere eindeutig gefälscht waren. Das ist doch so krass! Laut Fokus sollen die Beamten, gegen die aktuell ermittelt werden, Mitarbeiter in deutschen Botschaften und Konsularen angewiesen haben, Antragsteller mit unvollständigen oder offensichtlich gefälschten Papieren... Ja, dann muss da ermittelt werden. Aber was kann denn Annalena Baerbock dafür? Ich habe das Auswärtige Amt immer so kennengelernt, dass es extrem schwierig ist, Menschen nach Deutschland zu bekommen, auch wenn sie einen guten Grund haben und gar nicht hier bleiben wollen. Ich wollte mal einen kurdischen Polizeioffizier, einen Augenzeugen, der den Mörder, der kleinen Susanna festgenommen hat, den wollte ich hier mal nach Deutschland holen. Und für den gab es keinen Grund, in Deutschland zu bleiben, weil der sehr, sehr gut verdient hat. Er hat eine Oldtimer-Sammlung in Duok und so. Aber der wurde abgelehnt. ...die Einreise in die Bundesrepublik zu genehmigen. Auf diese Weise könnten in den vergangenen fünf Jahren tausende Menschen... Könnten. Jetzt, also offensichtlich liegen die Informationen nicht vor. ...eingereist sein. Ein Großteil der Eingereisten in erster Linie Syrer, Afghanen, Türken, aber auch Pakistaner und Bürger verschiedener afghanischen Staaten hat den Bericht zufolge auch Asyl beantragt. Das Magazin schreibt weiter... Jetzt wird es aber interessant, wenn die Menschen Asyl beantragen und vielleicht sogar wirklich Asyl bekommen, weil sie politisch verfolgt sind, ist das dann gerechtfertigt? Das wäre juristisch hochinteressant. Ich finde, wenn Menschen, wenn das für das Auswärtige Amt sichtbar ist, dass wir hier von wirklich verfolgten Menschen reden, ist das Besitzen eines Passes absolut irrelevant. Also wenn ihr andere Meinungen seid, schreibt es gerne in die Kommentare. Aber ich finde, wenn diese Menschen... Man muss jetzt mal schauen, wie viele von diesen Menschen haben einen Asylgrund. Und wenn die überwiegende Mehrheit davon einen Asylgrund hat, dann ist das in meinen Augen jetzt zumindest politisch gerechtfertigt. Wie das juristisch ist, weiß ich nicht. Aber ich glaube, dass unsere Werte, und dazu gehört auch das Asylrecht, über solcher Gesetzgebung steht und die sich unterwerfen muss. ... dass das Auswärtige Amt erst durch den hauseigenen Presseanfragen von den Ermittlungen erfahren habe. Das Ministerium wollte sich zu den Angelegenheiten aber nicht äußern. Wow! Also... Ja und? Wo ist das Problem? Natürlich äußert sich das Ministerium. Das ist ein laufendes Verfahren. Wenn ich sowas lese, dann verliere ich wirklich komplett den Glauben an unseren Rechtsstaat... 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 ... und an unsere Bundesregierung. Das Auswärtige Amt hat die Botschaften angewiesen... Es wird vermutet, es gilt die Unschuldsvermutung, aber egal. ... Antragsteller mit offensichtlich gefälscht... Ganz wichtig übrigens, die Unschuldsvermutung ist ein Kernelement eines Rechtsstaates. Aber er hält ja offensichtlich nicht viel von einem Rechtsstaat. ... und Papieren, die Einreise nach Deutschland zu genehmigen. Wie... Er schreibt, Problem ist, jeder Horst bekommt Asyl, weil die EU verlernt hat, zwischen Asylberechtigten und Kriegsflüchtigen zu unterscheiden. Nein, nein, nein. Die Leute, das... Nein, das stimmt halt einfach nicht. Das stimmt halt einfach nicht. Die Menschen bekommen einen rudimentären Schutz auf Basis der Unflüchtlingskarte, auf Basis als Kriegsflüchtlinge. Die kriegen seinen Aufenthaltsstatus. Aber Asyl, eine Anerkennung des Asyls, liegt auf einer ganz anderen Platt. Das wird sehr wohl unterschieden. Politisches Asyl ist was anderes. Wie krank ist das denn? Wieso diskutieren wir in Deutschland das Migrationsthema hoch und runter? Es geht doch gar nicht um Migration. Es geht doch erst mal um Menschen, die Asyl brauchen. ... suchen Probleme für Lösungen, wenn aber gleichzeitig das Auswärtige Amt selber illegale Methoden benutzt, um illegale Migranten nach Deutschland zu holen. Nein, man holt offensichtlich keine illegalen Migranten, sondern es geht um Menschen, die Asyl beantragen. Und diese Menschen sind erst mal keine Migranten, sondern sie werden von unserem Land geschützt, wenn sie politisch verfolgt sind. Und daraus kann eine Migration entstehen, muss aber nicht. Zum Beispiel, wenn wir jetzt nicht über Asyl reden, sondern um Kriegsflüchtlinge bei den Ukrainern, das sind keine Migranten. Diese Leute bleiben nicht hier, die gehen wieder zurück in ihr Land. Aber dann müsste sich dann mal mit den Begrifflichkeiten befassen und sie fein säuberlich auseinandertrennen. Natürlich haben wir auch in diesen Bereichen Probleme. Aber das jetzt so pauschalpopulistisch über einen Kamm zu scheren, ist halt absolut billig und dumm. Das ist doch ein Skandal sondergleich. Übrigens gerade von einem Migranten. ...und mit Abgrund und der Abgrund unserer Bundesregierung. Und das Schlimmste ist, das hat direkt massive Auswirkungen für die Sicherheit in unserem Land. Vor zwei Wochen schrieb die BILD nämlich folgendes. BILD enthüllt Geheimdienstliste. Wie... Aber Migranten sind auch Menschen, die vorübergehend bleiben. Nein, Migranten sind Menschen, die migrieren. Die wollen dauerhaft bleiben. Und wir brauchen noch gewisse Migration. Man muss das nur unterscheiden. Es kann sein, dass Menschen, die Flüchtlinge sind, Kriegsflüchtlinge oder Asyl haben, dass die zu Migranten werden. Das ist aber ein wenig in der Begrifflichkeit anders. Viele Gefährder wollen wir noch ins Land lassen. Oh Gott, es... Ach, komm. Diese bad guys aus Afghanistan leben bei uns. Spätestens seit Mannheim... Ja, hier haben wir einen Gefährder zum Beispiel. Dieser, weiß ich nicht, 12-, 13-Jährige ist bestimmt Gefährder. ...diskutiert Deutschland darüber, wer in den vergangenen Jahren alles ins Land gelangt ist und wer wieder gehen musste. Besonders im Fokus schwerstkriminelle Gefährder auf Afghanistan. Nun zeigen Recherchen vom Bild am Sonntag... Das Thema mit den Ortskräften hat doch gar nicht mit den Ermittlungen zu tun. Und jetzt kommt's. Das Ortskräfteprogramm der Bundesregierung wird... Übrigens, die Ortskräfte verfügen alle über ordentliche Dokumente, weil sie ja vorher schon identifizierbar waren und deswegen für Deutschland gearbeitet haben. Das kannst du dir nicht... Klar, es ist einfach... Ich kann das nicht. Das ist so dumm. Erhebliche Sicherheitsrisiken. Geheimdienstdokumente belegen, dass etliche afghanische Gefährder wissentlich zu uns gelassen wurden. Ja, das ist ein Problem. Aber das hat doch jetzt mit der Thematik gar nichts zu tun. Mann, Mann, Mann. Das wird ja immer schlimmer. Also das Ortskräfteprogramm der Bundesregierung sorgt also dafür, dass wissentlich afghanische Gefährder zu uns nach Deutschland kommen. Also genau diese kranken Leute, die bei uns Kinder, Frauen und sogar Polizisten abmetzeln. Und für die, die das Ortskräfteprogramm von Frau Baerbock noch nicht kennen, hier ein kurzer Weltartikel. Baerbocks Migrationspolitik. Die großen Ungereimtheiten beim Aufnahmeprogramm für Afghanen. Deutschland fliegt abseits des Asylsystems monatlich 4.000 Flüchtlinge ein insbesondere Afghanen. Die Union kritisiert die Vorauswahl der Personen durch Nichtregierungsorganisationen, deren Namen die Ampelkoalition nicht nennen will. Und das müsst ihr euch mal vorstellen. Aus... Ja, vielleicht ist das die Kabul-Luftbrücke oder sowas. Aber das ist doch jetzt... Ich weiß gar nicht, was das jetzt mit dem Thema zu tun hat. Ministerin Baerbock hat zusammen mit Innenministerin Faeser ein Ortskräfteprogramm ins Leben gerufen, womit auf Steuerzahlerkosten jeden Monat zusätzlich 4.000... Genau, es werden Menschen zu uns gebracht, weil diesen Menschen die Ermordung droht, weil sie unseren Soldaten und Soldatinnen geholfen haben und die vermutlich durch ihre Arbeit das Leben vieler Soldatinnen und Soldaten deutscher Bundeswehr-Soldatinnen und Soldaten gerettet haben. Und wir haben diesen Menschen versprochen, sie zu schützen. Und diesen Versprechen kommen wir nach. Wenn Menschen dann dabei sind, die Straftaten begehen, dann müssen wir damit anders umgehen. Aber das wird ja nicht die Mehrheit sein. Das wird ein kleiner Prozentsatz sein. Und das muss überprüft werden. Ansonsten finde ich das vollkommen richtig, dass Menschen, die uns unterstützen, auch darauf vertrauen können, dass die Versprechen, die wir ihnen gegeben haben, eingehalten werden. Menschen aus Afghanistan nach Deutschland eingeflogen werden. Also zusätzlich... Ja, wie sollen sie denn sonst kommen? Auf dem Esel oder was? ...zu denen, die ja auf eigene Faust zu uns flüchten. Und dieses Ortskräfteprogramm ist höchst umstritten, weil darüber, wie gesagt, viele Menschen mit offensichtlich gefälschten Papieren zu uns kommen. Nein. Nein. Nichts davon. Wo sind da Hinweise darauf? Ich weiß nicht, wie ihr das verbindet. Das Ortskräfteprogramm ist erst in der Amtszeit von Annalena Baerbock aufgelegt worden und nicht vor fünf Jahren. Und hier reden wir, wie gesagt, nicht von irgendwelchen hilfsbedürftigen Kindern oder Frauen, sondern von den... Von hilfsbedürftigen Frauen, Kindern und Familien. Ja, davon reden wir aber eher nicht. ...bösen Jungs, die bei uns Polizisten abstechen. Diese Aussage erfüllt den Straftatbestand der Volksverhetzung nach Paragraf 130 StGB. Denn die Person, die den Polizisten in Mannheim abgestochen hat, den Polizisten rufen, war keine Ortskraft. Sie war auch Afghane. Aber das ist das Einzige, was identisch ist. Und er vermischt das. Und in dem Kontext sehe ich das ebenso wie auch andere Videos von ihm als Volksverhetzung. Die BILD schrieb ja, wie gesagt, dass ihnen Geheimdienstdokumente vorliegen, die belegen, dass etliche afghanische Gefährder wissentlich zu uns gelassen wurden. Und das ist doch einfach nur noch krank. Frau Baerbock und ihre Beamten im Auswärtigen Amt lassen wissentlich afghanische Gefährder zu uns und sind damit mitverantwortlich für die aktuellen... Was hat das denn jetzt mit diesen Ermittlungen zu tun? Überhaupt nichts. ...ausufernde Gewalt in Deutschland. Ich frage mich auch ehrlich, warum das Video nicht gesperrt ist wegen Verstößen gegen die Community-Richtlinien. Das Video ist definitiv ein Verstoß gegen die Community-Richtlinien. Das ist Hassrede. Und wenn es schon den 130 StGB erfüllt, ist es ja mehr als bestätigt. Und ich sehe ihn erfüllt. Ich muss am Ende natürlich eine Staatsanwaltschaft überprüfen, aber vielleicht haben wir auch nur ein 192a, eine verhetzende Beleidigung. Aber ich sehe den 130 eher gegeben. Kann vielleicht Rechtsanwalt Alexander Boos mal darauf reagieren. Wann hat das endlich ein Ende? Wann wird diesen kriminellen und zutiefst gefährlichen Vorgehen endlich ein Ende gesetzt? Wann wird Baerbock endlich für diese kriminellen Straftaten zur Rechenschaft gezogen? Ich hoffe wirklich, so schnell wie möglich, da jetzt endlich die Staatsanwaltschaft gegen mehrere Mitarbeiter von Baerbock ermittelt. Und eventuell wird ja der ein oder andere Mitarbeiter dann berichten, dass er direkt auf Anweisungen von Baerbock handelt. Unsinn. Dann ist diese Tante endlich fällig. Unsinn. Das ist Verleumdung. Straftat nach § 188 StGB. Verleumdung politischer Personen. Was sagt ihr zu diesem krassen Skandal? Schreibt mir eure Meinung gerne in die Kommentare unter dem Video. Ja, es steht nur Müll drunter. Es steht der übliche Müll drunter von dem ganzen Pack, was diesen Müll auch noch feiert. Wirklich, es ist einfach, dieses Video ist wieder nur gespickt von Fake News und von Hetze. Und ich sehe zwei Straftatbestände. Also ich bin nicht Jurist. Ich habe natürlich nicht so die perfekte juristische Expertise. Aber nach meiner Einschätzung und meiner Erfahrung sehe ich den 130 als auch den 188 StGB erfüllt. In Bezug 130 auf die Ortskräfte und den 188 auf die Beleidigung und die Verleumdung Annalena Baerbock. Was eure Meinung stattfindet in den Kommentaren? Abonniert den Kanal, aktiviert die Glocke, lasst ein Like da und ihr könnt selbstverständlich, da der 130 StGB die Volkssetzung ein Offizialdelikt ist, das Video an die Polizei melden und dann wird natürlich von Amts wegen aus ermittelt. Bis dann.